Das freut mich sehr, dass ich mir das so gut gefangen habe, weil ich habe euch schon verstanden. Es gibt jetzt eine Zugabe, wir haben anfangs schon gesagt, die Orgel hat sehr viele Facetten, das haben wir in unserem Programm auch sehr gut gehört, aber es gibt eine Facette, die diese Orgel möglich in ganz Österreich, ich glaube, es gibt vielleicht zwei, drei andere Instrumente, die das auch können. Auf Wunsch und Plane provise ich jetzt immer ein Lied, das sozusagen herabschied, der Orgel vom Konzertleben bis zur Restaurierung bringt und wenn dann der Feuer kommt, können sie gerne mit den Kärchen, sie können auch gerne mit dem Sing, wenn sie den Text hören, das ist ein sehr bekanntes Lied. Ja, viel Glückwunsch. Ah, viel Glückwunsch. Ah, viel Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020